Fahrradfahren, das können heute oft schon Kindergartenkinder, auch die kleine Piera. Heute geht's mit Mama, Papa und Schwester durchs schöne Unstruttal. Dafür hat Familie Weiß sogar den weiten Weg aus Laufenburg in der Schweiz auf sich genommen. Aber was, wenn der Radweg einmal endet und die erste Straße kommt? Familienausflug vorbei? Schließlich dürfen Kinder unter acht Jahren nicht auf Straßen fahren. So leicht wollte sich Vater Thomas Weiß aber nicht geschlagen geben. Ich bin schon immer gerne Rad gefahren und als Hobby-Triathlet ist natürlich Radfahren meine Leidenschaft. Und ich weiterführe auch mit Kindern, mit der Familie. Und deswegen habe ich mir da ein paar Gedanken gemacht. Aus den paar Gedanken wurden echte Erfinderleidenschaft und mittlerweile eine Lösung von echt schweizerischer Qualität. In 20 Sekunden ist mit ihr aus zwei Fahrrädern das Follow-me-Tandem geworden, mit dem es nun auch auf der Straße weitergehen kann. Ihr Kind so gesichert im Schlepptau können die Eltern ganz unbeschwert die Schönheiten der Umgebung genießen. Aber halt! Nochmal zurück! Das gucken wir uns natürlich genauer an. Also, bevor sie benutzt wird, ist die Kupplung zusammengeklappt am Hinterrad des Vaters befestigt. Zuerst löst er nun die Halterung am Gepäckträger. Beim Herunterklappen entsteht eine stabile Dreieckskonstruktion. In sie wird das Vorderrad hineingeschoben. Die Radnabe schlüpft von selbst in die Halterungen. Verriegelt werden diese, indem das Kinderrad mit einem weiteren Bügel hochgehoben wird. Durch das Eigengewicht des Kinderrades schließlich arretiert sich dieser Bügel an der extra montierten Rahmenhalterung von selbst. Feststellen. Fertig! Nun kann's richtig losgehen. Mit vereinter Kraft bilden die beiden in jeder Situation ein prima Tandem-Team. Vorne der Vater, hinten seine Tochter Piera. Klar, dass die Sicherheit bei seiner Entwicklung des A und O für Thomas Weiss war. Für eine hohe Stabilität des Tandems sorgt zum Ersten die zweiseitige Befestigung der Kupplung an den Naben der beiden Räder. Zum Zweiten die durchgehende Verbindung über Hinterrad-Vorderrad-Rahmenstange. Und zum Dritten die stabile Drehachse und der sehr geringe Radabstand. Das bedeutet direkter Nachlauf vom Kinderrad. Also das Kinderrad fährt immer in der Spur des Zugrades, womit sich natürlich auch Hindernisse leichter, direkter umfahren lassen. Und das bedeutet wiederum einen Sicherheitsvorteil. Auch bei engsten Kurven kein Wackeln und kein Kippen. Gern nimmt Thomas Weiss seine Tochter aber auch bei Bergabfahrten ins Schlepp. Sicher ist sicher. Und sie wiederum lässt sich bergauf gern von ihrem Papa hochziehen. So sind alle zufrieden, sicher und kommen flott voran. Bis zum nächsten Radweg. Hier ist die Kupplung mit wenigen Handgriffen wieder gelöst und mit einem Spannseil am Elternfahrrad gesichert. Nun kann Piera wieder allein in die Pedale treten, denn das macht am Ende doch viel mehr Spaß. La, 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 la.